Musik Wir können jetzt hier zugucken, ganz kurz, das ist die Tanja. Tanja ist aus Bremen, hat bei dem Westform-Programm mitgemacht, hat uns die Fotos geschickt, hat uns das Körpergewicht übermittelt, hat ein paar Ernährungspläne und ein Trainingsprogramm von uns bekommen. Das Ergebnis, so wie ihr sie hier seht, ist, dass sie über 10% Körperfett abgebaut hat und knapp 12 Kilo Gewichtsreduktion in den 8 Wochen. Also nur mal für euch, wir machen nicht nur Bilder, wir machen auch mal ein Video für euch und mit den Bildern, wie gesagt, da lassen wir einfach andere ran. Wir sind hier beim Robert in Fulda, Robert ist unser Starfotograf. Wenn wir den nicht hätten, dann würden die Leute zwar immer noch gut aussehen, aber nicht so gigantisch gut, wie sie jetzt auf den Fotos aussehen. Wenn ihr Bock habt, meldet euch einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal.